Best Practice von den besten Lernen war jahrelang ein sehr erfolgreicher Ansatz. Doch die Wirtschaft wandelt sich immer schneller und damit auch das Marketing. Die Innovationsrate steigt, der Technologiewandel ist rasant und reißt das Marketing mit sich. Best Practice schaut zurück, Next Practice schaut vorwärts. Wer schneller lernt als die Konkurrenz, wird gewinnen.